Einschränkungen durch das Coronavirus spürt auch das Kulturleben. Die Bundesmuseen bleiben zumindest bis inklusive 3. April geschlossen. Das österreichische Filmfestival Diagonale wurde komplett abgesagt. Und auch die Literatur- und Musikszene stehen vor großen Herausforderungen. Kunstschaffende fordern finanzielle Unterstützung. Auch die heimische Literaturszene ist zum Kulturshutdown betroffen. Lesehonorare brechen weg, Neuerscheinungen können nicht beworben werden. Und jede abgesagte Theateraufführung bedeutet einen finanziellen Verlust für den Autor oder die Autorin. Gerade bei Freischaffenden führt dies zu Existenzängsten. Es braucht von der Politik Sofortmaßnahmen. Die meisten der Kollegen und Kolleginnen leben ja nicht davon, dass sie große Reserven hätten, sondern sie leben mehr oder weniger davon, was das nächste Monat bringt. Auch kleine Indie-Labels wie Ink-Music zittern ums Überleben. Konkret geht es um Künstler, deren Karrieren wir jetzt intensiv über ein, zwei Jahre so aufgebaut haben, dass vielleicht jetzt gerade diese Woche wie bei Lou Ezreal oder wie bei Öl Konzerte stattgefunden hätten, die zum ersten Mal die Gelegenheit gewesen wären, sehr, sehr hohe fünfstellige Investitionen teilweise wieder zurückzuverdienen. Die Investitionen haben wir gehabt, die Einnahmen haben wir nicht. Das Ausmaß der finanziellen Einbußen für die österreichische Kulturszene lässt sich noch nicht abschätzen.